Mit Beate Use fing alles vor fast 60 Jahren an. Doch Erotik war da noch kein Thema. Damals steckte diese Sehnsucht nach Lust und Liebe noch in der Schmuddelecke. Doch mit Erotik Blum zeigen seit vielen Jahren 2 Frauen in Stuttgart, dass dieses Thema in unseren Bedürfnissen immer mehr einen wichtigen Platz einnimmt. Das ist ein wunderschönes Unterbrustkorsett von einer Manufaktur aus Berlin. Macht eine wahnsinnig gute Figur, wenn das wirklich hier so richtig schön eng an der Taille geschnürt wird. Und das ist wirklich sehr beliebt bei unseren Kunden. Das sind jetzt die Beckenbodenkugeln. Und die sind einerseits zum Spaß und andererseits sind es auch richtige Trainingsgeräte, womit ich den Beckenboden fit halte. Total hübsch sind auch diese ganz feinen Masken nach dem venezianischen Vorbild mit Strass. Und das ist auch ganz schön, sich vielleicht mal hinter so einer Maske zu verbergen. Und vielleicht heizt das auch die Fantasie beim Gegenüber ein bisschen. Über die Eier freue ich mich immer ganz besonders, weil die sind so ein schönes niederschwelliges Einsteigertool für Männer. Wir nennen die Taschenmuschis. Und die kann man seinem Liebsten einfach mal ins Reisegepäck mit reinmachen. Und vielleicht passt in die Reisetasche ja auch noch ein Buch zum Thema Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Dazu gibt es mittlerweile jede Menge Literatur. Wir haben sehr viele Bestellungen inzwischen. Und was cool ist, dass wir auch unsere ganzen Veranstaltungen über den Online-Shop abwickeln können. Bei den Veranstaltungen geht es um sexuelle Bildung, um ganz viele verschiedene Themen. Und was die Menschen inzwischen gerne annehmen, ist Click & Collect. Die bestellen vorher, die können vorher überweisen. Und dann ihre Bestellungen direkt bei uns an der Tür abholen. Hier ist Ihre Bestellung. Danke schön. Sehr, sehr gerne. Und schönes Wochenende. Danke. Tschüss. Tschüss.